Fuck, die sind halt völlig unterm Radar durchgegangen die beiden. Die Leiche liegt in Mad Bay, oben rechts, gibt es irgendjemanden, der mal einen Link von der Karte hat, jetzt mal Realshaut, ich war bei Office, im Voice Chat, oben ist sie drinnen, da. Ich war unten irgendwo, aber auch nicht allein. Wo ist denn die Leiche gefunden worden? Ich war bei Newsy, unten links. Warum hat Newsy eigentlich dabei so gelacht, als er es gerade gesagt hat? Weil nicht. Alter. Weil Newsy dicht ist. Ja gut, das erklärt einiges. Nach drei Shots, ja gut, das kann sein. Danke für den zweiten Monat. Kein Problem, Taro. Oh shit. Wir spielen diesmal nicht, wer hört auf mich, oder? Nee, nee. Bin ich auch. Da müssen wir gleich mal voten. Ich hab nämlich keine Ahnung. Bei sieben wird nicht gewodet. Bei sieben wird nicht gewodet? Achso, ich dachte, wir wurden bei neun. Aber bei neun votet man Taro. Auch schon. Bei neun votet man in der Lega. Okay. Das sein muss? Weiß ich nicht. Wird jemand auch ne Karte, wo die Zeiten dran stehen, wie lange man für die Tasks braucht? Was ist denn das? Hier wird geskippt? Wir skippen noch nicht. Wird das jetzt so ne Freiheit-Runde? Einmal müssen wir ausskippen. Ey, wir haben doch viel länger gewollt. Seid ihr dumm? Also, ich bin ja hochgradig enttäuscht hier gerade. Ui. So. 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 Boah, den krieg ich nie durch, na super. Also ich verstehe das System nicht, wir sind jetzt schon so weit und haben noch so wenig Tote. Ja, Toro war's, weil dieses krampfhafte Muten und Unmuten, kannst du dir nicht ausdenken. Nö, ich hab grad nur gesagt im Specimen-Room, dass ich den Download nicht durchkriege, weil jetzt sowieso wieder ein Report kommt oder so ein Scheiß. Und hast dann auch gehofft, dass keiner einen Aussaal lässt. Richtig, genau. Ich finde auch, ihr solltet mich alle voten, denn ich bin definitiv Imposter. Das klang jetzt schon sehr... Das klang halt schon... Richtig. Ich bin seit 28 Runden immer nur Crewmitglied und jetzt bin ich völlig überfordert mit Imposter. Ich möchte bitte raus. Ja. Kein Problem. Erklär mir das mal mit dem Unmute. Was mit dem Unmute? Du warst nicht gemutelt. Ja, wie konnte es, dass ein professioneller Streamer sich einfach so im Discord unmuted? Wo wurde die... Wer wurde gefunden? News hier wurde gefunden, ne? Ach, News hier ist weg. Ja, links von Communications. Spenni, wo warst du? Ich war Meeting Room. Und da rechts davon. Ich weiß noch nicht mal, wo ich war. Da steht der Office. Meeting Room ist im Office, oder? Office, ja. Da kann ich auch mal pissen gehen. Aber da sind wir doch gespawnt. Ja. Wieso warst du noch da? Weil ich TAS mache. Wie jeder normale. Das ist schon sehr suspicious. Aber du spawst doch da. Ja, und dann laufe ich zu Office. Ja, aber das sind doch jetzt... Das war doch keine Minute danach. Ja, ich hab da zwei TAS. Also, ich mein, wir haben ein bisschen Spaß und wir machen die ganze Zeit auf dummi-dummi und so. I take it, aber... Hä? Das sind zwei TAS. Eines ist der Main-TAS, die länger dauert, und die andere ist der kleine TAS. Welche TAS denn? Was hast du denn da gemacht? Also, ich will genau merken, was ich da gemacht habe. Ja, was hast du denn da gemacht? Sag du mir mal, was du zuletzt gemacht hast, Thomas. Okay, das wäre ja so ein Merkern, aber wirklich gedrückt, um irgendwas zu starten. Ich glaube, das ist eine Doppelaufgabe, mit der ich wieder zurückkommen muss. Du hast auch was gedrückt, um zu starten. Ja, du hast so einen Power-Regler, den du runterschieben musst, und dann... Der bei den Nodes, ne? ...wann wiederkommen, um den hochzuschieben. Ich hab mich auch selbst gewohnt, das... Krass Einsatz. Er weiß nicht, was er gemacht hat, what the fuck? Oh, nee. Ha, easy first try. Hihi. Also... Also, Spenni, ja? Oh, shit. Ich wollte hier ganz kurz nochmal dieses Spenni-Ding aufgreifen. Ja. Ey, Spenni, also, ich mein, ich will dich jetzt hier nicht dissen oder so, ne? Ja. Aber du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass du dir nicht zwei Minuten mehren kannst, was für eine Schieberegler du da im Office-Gespräch gedreht hast oder was? Ja, eben. Danke. Ich merke ich mir das nicht. Ey, Spenni, entweder ist es bei dir richtig 420 oder du hast schon 8 Doßen Bier in der Rübe, dass du dir das nicht mehren kannst. Er macht drei Tasts, und ganz, ich kann keine davon erinnern, oder wie? Nein, natürlich nicht. Weil ich so viele... Ich hab fast alle meine Tasts durch. Ja? Ich merke mir nicht alle meine Tasts. Ach so, schade, aber die Tasts waren gar nicht davon. Dann sag mir mal eure letzten drei Tasts, bitte. Ja, kann ich dir sagen. Ich hab eben grad den Brief hochgedreht und meine IT gescannt. Lenkt doch gar nicht ab. Lenkt doch gar nicht ab. Na ja, gut, dann botet mich raus, Alter. Let's go, let's go. Ich hab nach einer Tast gefragt. Ach, Spenni, ey. Also, ganz ehrlich, das war richtig schlimm. Das Ding ist, mal ganz ehrlich, selbst wenn du es nicht warst, das muss ich fairerweise sagen, bist du verantwortlich, aber du hast die Leute hier auf dem Gewissen. Richtig, genau. Weil du nicht mehr... Nee, du hast uns auf dem Gewissen. Weil ja kein... Du hast uns auf dem Gewissen, weil du nicht antworten kannst. Wenn ich gesagt habe, ist keiner gestorben in meiner Nähe. Warum bin ich überhaupt suspicious? Ekelhaft. Spenni, du bist kein Teamspieler, ey. Für wen voten wir jetzt? Spenni? Spenni. Ja, Spenni. Das ist halt dumm jetzt. Nee, das ist nicht dumm. Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht wahr, aber dann hat die Leute auf dem Gewissen. Ich find das schwer. Ja, mindestens. Au, uejo, Alexander Kekule. Okay. Okay. Komplett durch. Komplett fertig mit allen Aufgaben. Jetzt schon. Jetzt kann ich mich in Office rein stellen. Oder wo ist das nochmal mit der Anzeige? Hier? Okay, warte mal. Das ist also ein Fullstreamer. Nein! Oh, komm! Der Hut war halt... Direkt Tamar raus. Warum wurde das nicht durchgezogen? Warum? Direkt Tamar raus. Sofort, nächste Runde. Ich wollte es mal wirklich. Der Welpenschutz ist vorbei. Das reicht. Umgehört. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich sag euch, wie es ist. Ich finde, die Dynamik hier muss man jetzt unterbrechen. Es ist viel zu spät. Ich muss noch Essen und Borat gucken. Und mir reicht das auch langsam. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ey, Tamar gewinnt mich hier zu viel, ey. Ja, ich hab echt keinen Bock mehr. Die letzten Mal in den Runden haben mir auch einfach nicht gefallen. Nee, mir auch nicht. Tamar ist ein Arschloch. Abonnieren. 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 Einen Dann rinken. Vielen Dank.